Arne Maier gehört zu den großen Talenten der Fußball-Bundesliga. Das Eigengewächs von Hertha BSC hat sich nun seinen Berater Roger Wittmann getrennt. Das bestätigte der 20-Jährige gegenüber dem Berliner Courier, stimmt. Ich habe bei Rogon Agentur von Roger Wittmann Anmerkung. Dreck gekündigt und bin zur Zeit ohne Berater. Einen konkreten Grund nannte Maier nicht. Unter Berufung auf eigene Quellen, berichtet das Blatt jedoch, dass der Familie Maier zunehmend die mediale Kritik an Wittmann missfiel. Zuletzt geriet Wittmann im Poker um die Vertragsverlängerung von Schalke Eigengewächs Max Maier in die Schlagzeilen. Nachdem Maier einen Verbleib bei den Königsblauen ausschlug, stand der 23-Jährige mehrere Wochen ohne Verein da. Mittlerweile steht Maier bei Crystal Palace unter Vertrag. Wittmann selbst hielt sich nach der Trennung von Arne Maier bedeckt. Arne hat so entschieden, das respektieren wir. Die Familie berät ihn zur Zeit. Wir wünschen dem Jungen viel Erfolg für seine Karriere. Arne Maier, dessen Vertrag bei Hertha noch bis 2022 läuft, sei ein guter Junge, unterdessen zählen zu Wittmanns Kunden Fußballstars wie Roberto Firmino, FC Liverpool, Julian Draxler und Thilo Kerrer, beide PSG. Die Familie berät ihn zur Zeit.